Und da sitzt er mir gegenüber. Herzlich willkommen, Herr Zockers. Danke, Frau Feinstein. Und auch herzlich willkommen Ihnen zu Hause. Sie sind, wenn Sie uns sehen, vermutlich im verdienten Feierabend. Wie oft schaffen Sie es denn zu 19 Uhr an den Abendbrottisch? Ach, das versuche ich schon, aber dafür geht der Tag auch morgens um 7 los. Das sind länger als die 8,5 Stunden, die vorgesehen sind. Nicht so wie bei meinem Anwalt, wenn ich da anrufe um halb 10. Nee, der ist noch nicht im Haus. Aber Überstunden gehören bei Ihnen eigentlich zur Tagesordnung, oder? Ja, aber das wird jetzt nicht irgendwie aufgeschrieben oder so. Ich komme doch aus so einer anderen Zeit. Da hat man Überstunden nicht aufgeschrieben und auch nicht Live-Balance gehabt von 8 bis 16 Uhr oder so. Das ist irgendwie so drin. Was sagen Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dazu? Die jüngere Generation sieht das anders. Aber die, die mein Alter und ein bisschen jünger sind, die kennen das auch nicht anders. Wie so die Arbeit des Herrn Zockers aussieht, das können wir Ihnen zeigen. Es gibt da nämlich ein Bild, das das ziemlich gut beschreibt. Hier sehen wir es. Großartig. Wer hat denn dieses Kunstwerk vollbracht? Das Bild hat meine Tochter Linnea gemalt, als sie 9 Jahre alt war. Und hat sich sehr plastisch überlegt, was ich so mache. Da war sie auch mal mit in der Rechtsmedizin, aber da war nichts auf dem Tisch. Da sind wir irgendwann Sonntagabend. Sie hat es nicht ausgehalten. Sie musste mal wissen, was Papa macht. Und hat dann diesen Stahltisch gesehen. Hab ihr es so plastisch anscheinend beschrieben, dass es dann bei rauskam. Also das sind Sie, der da Ja sagt. Das bin ich, der Ja sagt. Ich weiß nicht, warum ich Ja sagt. Aber offensichtlich liegt ja auch ein Mann auf dem Tisch. Das hat sie auch ganz gut getroffen. Und Sie haben uns auch was mitgebracht. Nämlich so ein Sektionskoffer, der finde ich aussieht wie aus einer anderen Zeit. Ich habe mit so was, weiß nicht, mit einem Alu-Koffer gerechnet. Oder das ist ein richtiger Holzkoffer, der hat auch ganz schön Gebrauchsspuren. Was ist das für ein Koffer? Ist der im Gebrauch? Ja, der ist im Gebrauch. Das ist also ein Koffer, den kann man dann wie so einen kleinen Pilotenkoffer aus Holz dann aber zumachen. Und da ist tatsächlich alles drin, was man für eine Obduktion braucht. Das ist ein mobiles Sektionsbesteck. Ob das nun eine Schöpfkelle ist oder ob das... Die Säge wackelt. ...eine Säge ist, so eine Kopfsäge, eine Bogensäge, um das knöchige Schädeldach aufzumachen. Oder hier so eine Rippen... Oh, gucken Sie mal. Oh je, schon kaputt. Das ist ja, also als Garantie läuft das wahrscheinlich nicht mehr, weil es schon ein bisschen älter ist. Was macht man damit? Das ist eine Rippenschere, die funktioniert noch. Mit der macht man dann die Rippen an der Knorpel-Knochen-Grenze auf. Dann würden wir das jetzt vielleicht nicht weiter vertiefen und uns freuen, dass wir noch viel mehr erfahren über Ihren Beruf heute und auch über Sie vor allen Dingen. Und dafür legen wir jetzt erstmal die Grundlage. Heute zu Gast Prof. Dr. Michael Zogos, Deutschlands bekanntester Rechtsmediziner, seit fast 30 Jahren schon auf Spurensuche. Jetzt geht es einerseits natürlich um die Todesursache. Da werden alle sagen, wie kann man denn hier noch die Todesursache feststellen? Katastrophen, Anschläge, Mord. Oder wurde etwa jemand zu Unrecht verurteilt? Der 56-Jährige ist weltweit unterwegs als Detektiv in Blau. Keiner wird sich jemals an diesen Geruch wirklich gewöhnen, aber es gibt eben auch Abstufungen dieses Geruchs. Möchte man das wirklich so genau wissen? Nichts für schwache Nerven also. Die Arbeit im Obduktionssaal der Charité Berlin. Hier leitet Michael Zogos das Institut für Rechtsmedizin, sammelt Input für seine Bestsellerbücher, sein neuestes Werk gerade erschienen. Und auch da nimmt er sie mit, hautnah an seinen echten Fällen. Und wie oft ist der Chef eigentlich noch hautnah an den Fällen? Also als Chef der Gerichtsmedizin, wie oft stehen Sie am Sektionstisch? Also ich bin schon jeden Tag im Sektionssaal und lasse mir die Fälle zeigen. Und wenn ich schaffe, so ein, zweimal die Woche selbst am Sektionstisch und dann auch selbst diktieren und alles klar. Denn das ist das, was am Ende Spaß macht. Auch wenn, aber Sie würden ja auch sagen, moderieren macht mir Spaß. Insofern der Beruf, den ich ausgesucht habe. Und das ist das, was mir viel mehr Spaß macht, als irgendwie mit Controllern oder Kaufleuten mich über DJs zu unterhalten. Viel Papierkram als Chef, ne? Ja. Es sieht genauso aus bei Ihnen im Sektionssaal, wie ich es mir vorgestellt habe. Also gefließte Wände, ganz viel Metall. Nur ich hätte sie natürlich eher im Keller verortet. Und aus den Klischees heraus, aber wir sehen hier gerade auf den Bildern, Sie haben offensichtlich Tageslicht. Genau, wir haben Tageslicht. Und das ist tatsächlich so, ich glaube, Sie werden auf der Welt kaum einen Sektionssaal finden, der nicht irgendwo im Erdgeschoss ist oder zumindest irgendwo, wo Tageslicht erreichbar ist. Das kommt nämlich alles aus einer Zeit, als noch gar kein elektrischer Strom war. Das heißt, man musste bei Tageslicht sezieren und dann Milchglas scheiben, damit nicht Heilberlin dann draußen steht und mal reinguckt. Ja. Nun wird ja nicht jeder, der in Berlin stirbt, auch obduziert. Richtig. Was müsste mir passieren, damit ich bei Ihnen auf dem Tisch lande? Ja, wenn jetzt hier so ein Scheinwerfer runterknallt, dann ist die Wahrscheinlichkeit ganz gut, dass wir uns morgen wieder sehen. Also wenn es zu einem Unfall kommt, wenn Sie jetzt auf dem Weg nach Hause mit dem Auto verunfallen oder wenn Sie morgen nicht zur Arbeit erscheinen, Sie sind noch relativ jung, solche Sachen. Also da spielt das Alter rein, auch Identifizierung natürlich, Unfallgeschehen, kommt ein Tötungsdelikt in Betracht, all das sind Fragestellungen. Wenn jetzt, wir nehmen mal den Fall mit dem Scheinwerfer. Die gucken wir jetzt immer so hoch. Ja, ja, ich gucke jetzt immer. Da wäre ja relativ klar unter Zeugen, sehr vielen Zeugen, dass das ein Unfall war. Warum landen denn Unfälle bei Ihnen? Naja, vielleicht hat ja irgendeiner hier vorher eine Schraube gelockert, der Sie gerne als Moderator oder Moderatorin beerben würde. Also wir sehen zwar, dass der runterfällt und dass keiner da jetzt Sie erschlagen hat, aber vielleicht hat ja vorher einer manipuliert. Aber das sehen Sie ja nicht, wenn Sie mich dann auf den Tisch haben. Aber dann könnte ja auch der Anwalt desjenigen, der nachher vor Gericht steht, sagen, nee, aber die Frau Falkenschein, die hat genau in dem Moment einen Herzinfarkt gekriegt, die war schon tot, als der Scheinwerfer auf den Kopf einschlug. Also deshalb muss wirklich diese Kausalkette geklärt sein. Und was sind so ganz alltägliche Fälle? Das scheint mir jetzt ein bisschen unwahrscheinlich mit dem Scheinwerfer. Was sind so alltägliche Unfälle? Ich habe was gelesen von Gullis, das kommt mir aber gar nicht alltäglich vor. Nee, also alltäglich ist es auch nicht. Also wir haben immer mal wieder tatsächlich jetzt Fälle, wo Leuten ihr Handy in den Gulli fällt und dann kriegen die irgendwie diesen schweren Gullideckel auf. Und es kann jetzt kriechen da kopfüber rein und ertrinken in der Pampe. Aber das haben wir mehrfach gehabt. Aber dann haben die auch getrunken vorher. Ja, na klar. Und ich wüsste auch nicht, wie man so einen Gullideckel, wir haben es als Kinder immer versucht, wir haben den gar nicht hochgekriegt. Wie man den hochkriegt, sowas haben wir. Oder natürlich Verkehrsunfälle viel, Sturz aus der Höhe oder das irgendwo von dem Gerüst, was runterfällt, solche Sachen. Ja, nehmen wir das doch mal gleich als Beispiel, wenn von einem Gerüst was runterfällt. Es gibt einen Fall, den haben sie auch auf ihrem Insta-Kanal gepostet. 500.000 Menschen sind da immer gebannt, was der nächste Fall von Zockus ist, den er mit seiner Insta-Gemeinde teilt. Wenn Sie jetzt gleich sehen, die Computertomographie von diesem Fall, dann werden Sie sofort selber die Diagnose stellen können zu Hause, warum dieser Mensch nicht mehr lebt. Was ist da passiert? Das war ein Hilfsarbeiter auf einer Baustelle, der in der Schubkarre Bauschutt von einem Ort zum anderen transportiert hat, auf dieser Baustelle. Und da haben sich Gerüststangen gelöst in mehreren Metern Höhe und sind dann eben runtergefallen, so richtig senkrecht und haben sich in seinen Kopf gebohrt. Kommt immer die Frage, hat er einen Helm getragen? Nein. Den Helm hat er nicht getragen, das war kein helmpflichtiger Bereich, in dem er unterwegs war. Aber wir sehen wirklich diese brachiale Gewalt, mit der diese Gerüstbaustange da einmal durch ist. Hat er das mitbekommen? Nein. Da ist sofort Feierabend. Da ist sofort Schluss, ja. Das kriegen Sie nicht mit. Und passiert es auch mal, dass Sie, also das war ja ein Unfall, das war auch unter Zeugen passiert, gibt es auch mal den Fall, dass Sie jemanden auf dem Sektionstisch haben und Sie feststellen, der wurde hier als natürlicher Tod oder als Unfall eingeliefert, aber Sie vermuten, das ist Mord. Ja, das haben wir sogar nicht selten, jetzt noch nicht jeden Tag, aber schon mehrfach im Monat, dass wir eben bei Routineobduktionen, zum Beispiel von alten Menschen, die in ihrer Wohnung aufgefunden werden, feststellen, Angriff gegen den Hals. Also das ist teilweise auch, dass es polizeilich nicht erkannt wurde, teilweise auch von den Leichenschauern nicht erkannt wurde, aber die Staatsanwaltschaft in Berlin ist sehr sektionsfreudig, weil die eben auch wissen, dass wir viel rausfischen. Und das passiert häufiger und dafür sind wir letztlich da und ich bin auch froh, dass wir das tun, denn sonst, oder das ist ja unsere Legitimation. Kann man auch verlangen, dass jemand, der verstorben ist, obduziert wird? Also als Angehöriger zum Beispiel kann man sagen, ich bin da, ich habe da... Verlangen, verlangen nicht. Sie können natürlich, wenn jetzt jemand zum Beispiel im Krankenhaus stirbt, dann können die Angehörigen zur Polizei gehen und Strafanzeige erstatten, weil sie sagen, das kann nicht sein. Der ist hier gestern mit 35 Jahren rein, damit irgendwas operiert wird. Routine, Eingriffe und ist jetzt tot. Aber man kann es nicht verlangen. Genauso wie man es auch nicht ablehnen kann, denn wenn der Leichnam beschlagnahmt ist von der Staatsanwaltschaft, dann haben die Angehörigen kein Gesprachrecht mehr. Bei Ihnen zu Hause die Söhne, nicht Union? Ne, also tatsächlich Hertha-Fans alle, die ganze Familie. Herzliche Zweileid. Blau-Weiß, das ist eine harte Zeit für uns im Moment, aber ich gönne das natürlich Union von Herzen und zwei meiner Jungs sind tatsächlich Real-Fans an zweiter Stelle nach Hertha. Ja, insofern... Das heißt, die gucken gerade nicht uns, die gucken... Die gucken mit Sicherheit das Spiel Champions-League-Spiel, die gucken nicht in der Nähe. Will ich Ihnen nicht verübeln. Den Fußballfall möchte ich noch nachreichen. Ja, sie hat mich ja vorhin schon gefragt, ob ich mal so einen Todesfall im Zusammenhang mit Fußball hatte. Da ist mir gleich ein Fall eingefallen und zwar EM vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, 10, 12, 14 Jahren, da hat Griechenland verloren, ist rausgeflogen und nächsten Tag lag ein griechischer Staatsangehöriger bei uns auf dem Sektionstisch, der sich dann aus Frust so hat volllaufen lassen und auch noch irgendwie Liquid Ecstasy dazu, dass er tot war. Das, also eine Mahnung an die Union-Fans, wenn das schief läuft heute und kein Sieg wird, das ist es nicht wert. Nicht zu tief ins Glas. Nicht zu tief ins Glas, genau. Jetzt reden wir aber über Dr. Yao. Ja. Die gibt es nicht in Wahrheit, aber die gibt es in ihrem neuen Thriller. Richtig. Die Hauptfigur, eine Gerichtsmedizinerin. Warum haben Sie sich für eine Frau entschieden? Ich habe Sabine Yao, das ist eben eine 37-jährige Fachärztin für Rechtsmedizin, schon einmal in so einem Standalone, in so einem einzelnen Buch auftreten lassen, weil der Verlag mir sagte, können wir nicht mal eine andere Hauptfigur haben. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, mal aus der Perspektive einer Frau zu schreiben, weil das natürlich was ganz anderes ist. Fachwissen, klar, das ist dasselbe, aber wie geht man emotional und so ran als Frau und vor allen Dingen auch, um mal so einen Pflock reinzuschlagen, man kennt das natürlich aus Krimis, Frauen als Ermittlerinnen, aber ich habe da so einen Dreigestirn, einmal die Rechtsmedizinerin Sabine Yao, Monika Monti, eine Kommissarin und eine IT-Expertin Sarah Wittstock, um eben auch mal zu zeigen, Frauen sind zwar fast immer die Opfer von Tötungsdelikten, sind aber auch eigentlich der starke Part und die Ermittlerinnen und das hat eigentlich so Spaß gemacht, das mal so ein bisschen rauszustellen. Gab es Frauen, die Sie beraten haben? Meine Frau. Sehr gut. Und meine Lektorin. An erster Stelle meine Frau, an zweiter Stelle meine Lektorin, aber es geht ja nicht ohne. Also allein wenn es schon um die Kleidung oder die Schminke geht, da weiß ich ja gar nicht Bescheid. Nee. Wie nennt man denn das? Was zieht man dazu an? Das muss ja auch ein bisschen stilvoll sein. Ja, absolut. Ich kenne die ja nicht bei Kick oder so ein Kleidiao, ne? Nee, bitte nicht. Nee, die ist sehr gut gekleidet, das ist bei mir hängen geblieben, aber vor allen Dingen ist unglaublich viel rechtsmedizinisches Fachwissen bei mir hängen geblieben. Also ich habe glaube ich noch nie so viel gelernt, während ich einen Thriller gelesen habe und wenn man das dann liest und auch weiß, dass es ein Rechtsmediziner geschrieben hat, fragt man sich natürlich die ganze Zeit, ist das beim Zockhaus genauso? Also zum Beispiel, dass die Jao auch ihre Fälle so wahnsinnig persönlich nimmt, die sitzt zu Hause und grübelt noch stundenlang. Nee, das ist nicht so, aber man muss ja sehen, also für mich ist der Fall tatsächlich abends abgeschlossen oder nicht der Fall abgeschlossen, aber für den Tag ist dann wirklich Feierabend. Natürlich überlegt man manchmal noch Dinge, aber ich muss ja meine Rechtsmedizinerin im Spiel halten. Das wäre ja langweilig, wenn die nur im Sektionssaal ist und dann kommt immer mal die Kommissarin, holt sich ein paar Infos und geht wieder weg. Das ist einfach der Grund, dass die so dran ist und unbedingt wissen will, die ist so ein Trüffelschwein, die will einfach wissen, was ist passiert. Aber die Beschreibungen zum Beispiel der Todeszeitpunkt, die Bestimmung des Todeszeitpunkts spielt eine ganz wichtige Rolle in diesem Krimi. Und das ist auch eben hundertprozentig realistisch, so wie wir es tatsächlich machen. Wie exakt, also so exakt geht das? So exakt geht das, aber nur im frühen postmortalen Intervall, das heißt innerhalb der ersten 24 Stunden, wenn wir eben diese ganzen Untersuchungen machen, Totenstarre, Totenflecken, Rektaltemperatur, Umgebungstemperatur, Augentropfen, verengende, erweiternde, mimische Muskulatur, Lösung der Totenstarre, da gibt es ganz viele Kriterien. Die Augentropfen vielleicht mal einmal kurz erläutern, was hat es damit auf sich? Es gibt sowohl erweiternde als auch verengende Augentropfen jeweils in ein Auge und dann guckt man, ob es noch zu einer Pupillenreaktion kommt. Das heißt, erweitert sich die Pupille, verengt sich sie, dann gibt es auch Reitstrom, das hat teilweise was wirklich Absurdes, wenn man da nachts in der Wohnung an einem Leichnam noch so ein Grinsen auslöst, weil der eben durch Reitstrom noch reagiert, aber das sind alles Hinweise auf die Todeszeit und dann, um auf Ihre Frage zurückzukommen, kommt man tatsächlich innerhalb der ersten 24 Stunden auf plus minus zwei Stunden an den Todeszeitpunkt ran und das ist natürlich entscheidend für die Ermittler, dass die ein Alibi überprüfen können oder eben auch Zeugenbeobachtungen, deshalb ist der Todeszeitpunkt so wichtig. Und gibt es tatsächlich, wie im Buch beschrieben, inzwischen auch eine App, wo Sie dann diese Daten alle eingeben und die spuckt Ihnen dann die Zeit aus? Gibt es, ja, gibt es. Ich habe da mal mit einem App-Entwickler gesprochen, das ist jetzt nichts, was wirklich verbreitet ist, wir haben das alle auf dem PC oder auf dem Laptop und vieles, es gibt es auch so Nomogramme, da kann man es mit der Hand machen, aber das gibt es auch so eine App, aber ich glaube nicht, dass jetzt so viele Menschen auf der Welt so eine App brauchen, ne? Ne, die würde jetzt nicht so im App Store nicht so wahnsinnig gut laufen, auch wenn wir sie jetzt erwähnen würden. Es ist, also, Ihr Krimi, gehe ich davon aus, sehr viel näher an der Wahrheit als viele andere Thriller mit auch Gerichtsmedizinern, die ich bisher gelesen habe, weil es wird ja sonst auch zugunsten der Dramaturgie wahnsinnig viel verkürzt und auch vielleicht einfach erfunden. Macht Sie das rasend, wenn Sie sowas lesen oder gucken oder geht das so? Ach, das ist ja zur Unterhaltung, das mache ich ja nicht zur Fortbildung oder so, auch wenn ich, was weiß ich, wenn mir Jan-Josef und Axel da im Münsteraner Tatort angucken, das mache ich ja nicht zur Fortbildung, sondern um mich zu unterhalten. Ne, das machen wir nicht rasend, ne. Das ist künstlerische Freiheit. Wie schön, dass Sie den Jan-Josef erwähnen, der berühmte Professor Börne nach Ihnen, also Deutschlands zweitbekanntester oder Gerichtsmediziner, die sind gut bekannt miteinander. Richtig, ja. Hat sich seine Performance, seit Sie sich kennen, deutlich verbessert im Tatort? Ja, klar, auf jeden Fall. Nein, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht verurteilen. Aber hat er sich Tipps geholt? Ja, immer, immer. Also ganz oft fragt er mich was, auch wenn er selber Ideen hat, der bringt sich da ja unheimlich auch ein. Klar, und wir haben ja auch eine eigene Reihe gehabt bei RTL plus Obduktion und da haben wir uns natürlich viel über solche Sachen unterhalten und da hat er natürlich viel mitgenommen, klar. Wir gucken uns mal einen kleinen Ausschnitt an aus dem Münsteraner Tatort aus diesem Jahr und wie sich der Börne so macht in Ihrem Beruf. Also, wir sehen zwei parallel verlaufende Strangmarken, deutlich imprimiert, 0,7 bis 10 Millimeter tief, leichte Antrocknungen seitlich. Wichtiger ist das, was wir sehen, ist aber was wir nicht sehen, alberig. Kamblutungen? Keine, Herr Professor. Und das bestätigt meine bereits geäußerte Vermutung, dass die Tote schon tot waren, als man sie erhängte. Weil wir beide aber so besonders gründlich sind, machen wir das. Das ganze Programm. So sieht's aus. Ja, wir haben jetzt hier auch mal Börnelicht gemacht, ganz dunkel. Das ist schon mal wahrscheinlich, haben wir eigentlich schon gesehen, weit weg von der Realität. In so einem Licht könnten Sie ja nicht arbeiten. Gar nicht. Man muss ja Befunde sehen, man muss vor allem ja auch die richtige Farbe sehen. Das heißt, Farben sind entscheidend für die Altersbestimmung von Hämatomen, solche Dinge und da in so einem Funzellicht. Das hat so ein bisschen so Geschichten aus der Gruff, das ist ganz schön, aber nicht der Realität entsprechend. Dann mach doch das Licht bitte mal wieder an. Dann können wir noch ein paar mehr von diesen Klischees oder auch Vorurteilen oder Mythen aufklären, die es rund um Ihren Beruf gibt. Also zum Beispiel erstmal so der Typ Rechtsmediziner, der wird ja oft gerne oder Rechtsmedizinerin so ein bisschen verschroben dargestellt. Zieht der Beruf tatsächlich einen bestimmten Typ Mensch an? Also dass Sie sagen, Mensch, unter Rechtsmedizinern merkt man dann auf der Weihnachtsfeier schon, wir sind von einem Schlag? Ja, das würde ich schon sagen. Und zwar, viele haben einen sehr schwarzen Humor, sind sarkastisch, sind jetzt nicht irgendwie Menschenfeinde oder so. Aber man muss so eine gewisse Schutzhülle haben schon und das auch in einer gewissen lockeren Art damit umgehen. Also ich würde schon sagen, dass es spezielle Leute sind, aber es ist jetzt nicht so wie bei Psychiatern, wo man nun sagt, da haben die meisten tatsächlich einen an der Waffel, ne? Ja, das würde ich jetzt mal so stehen lassen, oder? Das Bild der Leichenidentifizierung. Angehörige kommen in den Sektionszahlen. Auch immer gern bedient bei Burner, nicht? Ja, Sie schlagen bedeutungsschwer das Tuch beiseite. Das ist nicht mein Mann. Gibt es überhaupt diese Situation, dass jemand zu Ihnen kommt und jemanden identifiziert? Nein, das gibt es nicht. Und zwar aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Erstens, die, die wir untersuchen, die können Sie natürlich den Angehörigen so gar nicht zeigen. Die sind entweder Opfer von Verkehrsunfällen, von schweren Unfällen geworden, liegen vielleicht schon lange hochgradig voll in der Wohnung. Und mit solchen Bildern können Sie die Angehörigen gar nicht weggehen lassen. Und außerdem sind natürlich Angehörige in Fällen von fraglichen Tötungsdelikten immer verdächtig. Denn die meisten Täter stammen, oder in 80 Prozent der Fälle stammen die Täter aus dem direkten familiären Umfeld. Und die können Sie natürlich nicht nochmal an die Leiche lassen, um da vielleicht nochmal eine Spur zu hinterlassen, auch wenn das unwissentlich ist, ne? Ganz unrealistisch, also. Ganz unrealistisch, ja. Die Stulle im Sektionssaal. Auch völlig verpönt, auch genauso wie die klassische Musik. Ja. Es wird alles so schön bedient, das macht so ein bisschen, deshalb wirken wir immer so ein bisschen schrullig. Sind wir ja nicht. Bin ich schrullig? Nö. Nee, gar nicht. Nö. Ist auch keine Stulle hier, hier könnte ich ja. Aber das sind so halt die Klischees, nicht? So ein bisschen bucklig, so wenig Licht, Stulle, Musik. Ja, und der Ermittler, der mit an der Leiche steht und gezeigt bekommt von Ihnen, woran man jetzt sieht, dass hier und was passiert ist, kommen die in den Sektionssaal? Ja, also bei Tötungsdelikten, aber das ist dann nicht irgendwie einer, der da in seiner Zivilkleidung steht, sondern die haben dann ihren Spurensicherungsanzug an, da läuft Spurensicherung nebenbei. Das ist ganz häufig so, dass dann die Beamten der Mordkommission mit ihren Kollegen in der Kaltstraße telefonieren, wo dann zum Beispiel ein Verdächtiger vernommen wird. Das kommt vor, die stehen mit am Tisch, ja. Aber das ist jetzt nicht so wie in den Krimis, immer so belehrend, dass wir dann sagen, ha ha, haben Sie wohl nicht gesehen, Herr Kommissar, nicht? Nee, natürlich nicht, sondern da wird eben gemeinsam diskutiert und sich angenähert an die Lösung. Und manchmal wird denen im Krimi dann so was zum unter die Nase reiben angeboten, damit das nicht... Auch Quatsch. Mentholpaste, nicht? Das ist hier, das kommt aus schweigende Lämmer, ist aber Quatsch. Wir müssen, also erstmal würde man es ja gar nicht ertragen, wenn man den ganzen Tag denkt, man ist krank, man hat irgendwie was mit dem Hals, wenn es nach Menthol riecht. Aber wir müssen ja auch riechen, ob es nach Alkohol riecht. Es gibt auch bestimmte Gifte, die spezielle Gerüche haben. Also da muss man schon ein gutes Riechorgan haben, das kann man nicht abtöten mit Menthol. Also Sie obduzieren auch mit der Nase, das ist ein ganz wichtiger Teil des... Ich muss ja nicht obduzieren, aber ich analysiere auch beide Obduktionen mit der Nase, ja. Vielen Dank für die Aufklärung. Bitte. Wer also ein realistisches Bild von der Gerichtsmedizin in seinem nächsten Schmücker haben will, dem seien die Bücher von Herrn Zockers ans Herz gelegt. Sie können über die Todesfälle, die bei Ihnen landen, auch ganz viel über die Gesellschaft, in der wir hier gerade leben, ablesen. Inwiefern? Also wir, was mir vorher gar nicht so klar ist, ist wie oder war, ehe ich in die Rechtsmedizin bin und vor allem, ehe ich nach Berlin gekommen bin, wie viele Menschen sozial isoliert und völlig einsam leben, die wirklich teilweise jahrelang, das glaubt man nicht, aber es ist so, in ihren Wohnungen liegen, wirklich skelettiert sind, weil das Sozialamt die Miete... Jahre. Jahrelang, ja. Weil das Sozialamt die Miete überweist. Was das für Messibuden teilweise sind, das können Sie sich gar nicht vorstellen, dass dann wirklich die Polizei da im Unrat nach den Knochen sucht, wie viele Menschen zum Zeitpunkt des Todes unter Alkoholeinfluss stehen. Über die Hälfte. Das heißt jetzt nicht, dass die alkoholisiert sind oder daran gestorben sind, aber ich weiß nicht, wenn wir jetzt hier mal im Studio die zehn Leute pusten lassen würden, dann hätten vielleicht ein oder zwei Positiven. Bei uns wären es gleich schon wieder, jetzt nicht bei denen, die arbeiten, sondern bei den Toten wäre es über die Hälfte. Ja. Also, egal um welche Uhrzeit die sterben oder auch wie viele Leute Psychopharmaka nehmen, das glaubt man ja auch gar nicht. Glauben Sie eher, dass es mehr verschrieben wird oder dass es einfach ein Zeichen dafür ist, dass es den Menschen, dass es mehr psychische Erkrankungen gibt? Ja, ich glaube, dass es mehr psychische Erkrankungen gibt, gibt das aber auch natürlich die Compliance oder dass die Ärzte eher was auch verschreiben, weil wahrscheinlich auch weniger Zeit ist für längere Diagnostik, längere Gespräche, dass dann eher was verschrieben wird. Aber das ist was, was wir wirklich unheimlich oft sehen, dass die Leute Psychopharmaka zu Hause haben. Macht Sie das traurig, wenn dann da so jemand liegt, wo Sie dann wissen, den hat jetzt irgendwie drei Wochen, drei Jahre niemand vermisst? Nee, macht es eigentlich nicht, weil das einfach zu meinem Berufsleben dazugehört. Traurig macht es mich, wenn ein Kind aus dem sechsten oder siebten Stock fällt und stirbt. Aber das andere ist einfach so eine gesellschaftliche Schieflage. Wenn ich da drüber traurig wäre, da würde ich wahrscheinlich selber depressiv werden. Sie sagen, dass Gerichtsmedizin auch Medizin für die Lebenden ist. Was meinen Sie damit? Also es geht ja nicht nur, Sie nehmen ja da auch was mit für die, die noch da sind. Genau, einerseits natürlich, dass wir Erkrankungsbilder sehen in einem Stadium oder in einem Zustand, wo die noch nicht behandelt sind. Das ist einerseits wissenschaftlich oder auch für die Forschung interessant. Andererseits sehen wir natürlich auch immer wieder Trends, wenn neue Drogen auf den Markt kommen. Wenn ich zum Beispiel Krokodil aus Osteuropa oder auch andere Substanzen, dann sehen wir natürlich, was das mit den Menschen macht, mit den Organen macht, dass sie daran sterben. Jetzt auch zum Beispiel, als diese extrem starken Ecstasy-Pillen auf dem Markt waren, dass man da eben auch entsprechend warnt und auch eben diese Untersuchungen durchführt. Insofern ist da schon was für die Lebenden, ja. Ihnen ist die Frage möglicherweise zu spirituell, aber glauben Sie daran, dass in den Körpern, die da vor Ihnen liegen, dass da auch Seelen sich da drin sind? Nein. Nein? Nein. Ich glaube auch nicht, dass die jetzt irgendwie, als ich geschnitten habe, raus sind oder so. Nein, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, wenn Sie das denken würden, dann wäre der Beruf schwierig. Oder? Dann ist man zu nah dran. Man muss das als leere Hülle sehen. Ja. Man muss es wirklich als leere Hülle sehen und der, der da mal drin war, ist raus. Aber jetzt nicht, dass da noch irgendwo eine Seele ist oder irgendwas von den Menschen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es bei Ihnen mal gehört habe, aber das sind Krankenhäuser und manchmal die Fenster auf Kipp gemacht werden, auch von Krankenschwestern oder Ärzten. Genau, um die Seele rauszulassen. Das ist für uns dann immer nicht so schön am Tatort, weil sich dann nämlich die Umgebungstemperatur verändert. Da rennen erst mal fünf Kriminaltechniker und Polizisten durch, die das aufheizen. Dann macht einer das Fenster auf, dann ist Zug. Insofern sehen wir das nicht gerne. Gut. Sie sind auch sehr erfolgreich auf Instagram, habe ich schon mal erwähnt. 500.000 Follower, mehr als 500.000. Sehr viele medizinische Inhalte, nicht alle davon werden auch einem sofort angezeigt, weil es auch manchmal wirklich harter Tobak ist. Aber auch mal was Privates. Es gab diesen Sommer Familienurlaub auf der Insel Coes. Und da findet ihr Sohn Livius etwas beim Spielen am Meer. Und das haben sie gepostet. Wir sind jetzt am Strand, Livius und ich. Und er wird mir jetzt mal zeigen, mein Sohnemann, wo er diesen mutmaßlich menschlichen Schienbeinknochen gefunden hat. Ich bin halt hier einfach langgegangen. Ja. Und hier liegen halt schon mal ein paar Knochen rum. Ja. Und dann habe ich halt den gesehen. Und der war halt groß. Und du bist ja so einer, der sich dafür interessiert. Da muss man ganz schön genau gucken. Da sehen ja viele Sachen aus auf den ersten Blick irgendwie. wie Knochen. Und sind dann noch keine. Ja. Du bist ja so einer, der sich dafür interessiert. Der sich dafür interessiert, Papa. Und der Nachwuchs auch dann offenbar? Oder war das wirklich für Sie? Ja, der findet das auch, gerade er findet das sehr spannend. Und dann sind wir da mal abgegangen und haben überlegt, was könnte das sein für ein Knochen. Deswegen, ich bin ja der Meinung, es ist wahrscheinlich von einem, ich habe das da nicht weiterverfolgt, denn es ist ein völlig blanker, weißer Knochen, der da schon ewig liegt. Aber ein Menschenknochen definitiv. Ich glaube, dass es eher von einem Wildtier ist, von einem Dammwild. Aber das ist natürlich die Frage, wie kommt das denn da an diesen Strand? Ja. Wir haben dann gemutmaßt, dass es menschlich ist, vielleicht auch nicht so. Aber für so Kinder ist das für die Fantasie sehr spannend. Aber der Sohn, ganz kurz noch, der kam am letzten Samstag weinend zu mir und sagte, Papa, da vorne liegt ein tote Schaf. Und dann sind wir hin bei uns beim Ferienhaus. Da lag ein Schaf, was von einem Wolf gerissen wurde. Das ist kein Witz. Da haben wir dann beide noch zusammen mit Maßstab und Wolfs-Code fotografiert und asserviert, vermessen alles und so. Also der findet sowas auch gut. Der ist auch so einer, der sich dafür interessiert. Praktisch, wenn man dann so einen Papa hat, der direkt am Leichenfundort, wir wissen ja, war wahrscheinlich auch der Tatort. Genau. Das ist ja wahrscheinlich das Gleiche. In Ihrem Buch danken Sie Ihrer Frau Anja und auch den Kindern für unendliche Geduld. Ja. Besonders in Bezug darauf, dass Sie einfach ganz, ganz viel arbeiten. Ja, genau. Und dass ich auch viele neue Ideen habe immer, dass ich sage, oh, jetzt könnte man noch das machen. Und dann kommt noch ein Podcast, dann kommt noch ein neues Buch, dann kommt noch irgendwo eine große Veranstaltung am Wochenende. Dann ging es letztens nach Brasilien für die Staatsanwaltschaft, für eine Obduktion. Wäre noch international ja angefragt. Genau. Genau. Dann war ich letztens in der ungarischen Universität, habe da Vorlesungen erhalten. Da bin ich natürlich nie zu Hause und das tragen die alles mit. Da bin ich natürlich endlos dankbar, wenn man da so eine Unterstützung hat. Und Fidi wird auch gegrüßt im Nachwort. Genau. Zweieinhalb Kilo Kampfgewicht. Wie wichtig ist, achso, Fidi ist ein Hund. Genau. Sollte ich vielleicht noch dazu sagen. Genau, hier, der Kollege da, genau. Wie wichtig ist Fidi so für den Ausgleich? Total wichtig, total wichtig. Einerseits, das können eigentlich nur Leute, die mal einen Hund hatten oder einen Hund haben, nachvollziehen. Dieses Streicheln eines Hundes beruhigt ja den Menschen auch. Da gibt es ja auch Studien zu, die zeigen, dass man sich da ins Positive hin entwickelt. Oder wenn da jemand ist, der auf dem Rücken liegt, das machen meine Frau und meine Kinder nicht, wenn ich nach Hause komme, dass sie auf dem Rücken liegen und sich am Bauch streicheln lassen wollen, sondern der macht es. Das ist halt so ein richtiger Liebesbeweis rund um die Uhr, egal wann man kommt. Und natürlich auch für die Bewegung, dass man mit dem im Fahrrad ist und draußen ist und bei jedem Wetter. Also das tut sehr gut. Und geht Fidi auch mal mit auf Erkundungstour? Weil soweit ich weiß, sind Sie Fan von sogenannten Lost Places, also so Orte. Da kommt er nicht mit, weil da so auch Glasscherben auf dem Boden liegen und sowas. Genau, aber so Lost Places Touren machen wir viel am Wochenende, so verlassene Orte, dass Wohnhäuser sind, Kasernengelände, Bunker. Aber da kommt er nicht mit, nein. Haben Sie da einen Tipp für unser Publikum, wo die unbedingt mal hinfahren sollten, was sich lohnt, sich da mal anzuschauen? Also was man als geführte Tour machen kann, ist zum Beispiel Zossen, eine verbotene Stadt. Da geht man auch kein Risiko ein, dass man da irgendwie jetzt in eine Baugrube fällt oder ein Loch oder ein Dach einstürzt. Was war da mal? Da war eine sowjetische Militärgarnison und da ist eigentlich noch alles so hinterlassen. Da sind auch noch Einrichtungsgegenstände, das Schwimmbad, all die Sachen. Und da kann man geführte Touren machen, das ist vielleicht für den Anfang ganz gut. Und ansonsten ist es natürlich bei diesen Lost Places so, die sind mal offen und mal nicht. Ich habe der erste Lost Place, in dem ich vor ungefähr einem Jahr war, mit einem meiner Söhne, war eine Bank. Eine komplett verlassene Bank, da standen wir vor Hunderten von Geldschließfächern. Die waren doch alle da und waren drin und zwei, drei Tage später war das Ding natürlich wieder komplett zu. Also da muss man sehr schnell sein, einfach gucken und vorbeifahren, gucken, wo es was zugewuchert und dann mal gucken. Das ist der Tipp vom Gerichtsmediziner. Und ich mache jetzt zum Ende noch ein persönliches Geständnis. Ich höre Sie leidenschaftlich gern zum Einschlafen. Sie und Anja Götz und Ihren True Crime Podcast. Was stimmt nicht mit mir? Es ist wirklich, ich höre wahre Verbrechen, das ist ja sowieso ein Riesenhype. Totaler Boom, True Crime. Aber doch auch ein bisschen wunderlich, oder? Dass wir uns damit so gern beschäftigen. Oder viele, vor allen Dingen Frauen übrigens, habe ich gelesen, das wahnsinnig gerne hören. Ja genau, Frauen. Je härter, desto Frauen, sagt meine Lektorin immer. Das ist, glaube ich, die logische Weiterentwicklung vom Krimi, dass es jetzt so eher zu True Crime geht. Und das ist eben so diese Unbegreiflichkeit und Unberechenbarkeit des Bösen, glaube ich, die diesen Reiz ausmacht. Es ist ja schön im Bett zu liegen und es ist mollig warm und man hört das, aber es ist weit draußen weg. Ja, und ich bin nicht die Einzige, die das gern hat, auch Susanne. Susanne hat uns einen Brief geschrieben, Herr Zockers, an uns für Sie. Und da drin in diesem Briefumschlag ist ein frankierter Rückumschlag, weil sie wohl eine Autogrammkarte von Ihnen möchte. Gibt es sowas überhaupt? Gibt es, gibt es, gibt es. Ein Gerichtsmediziner mit Autogramm. Was sagen da die anderen Mediziner? Das weiß ich nicht, die sagen es mir nicht. Also, ein Autogramm und ich würde noch einen drauflegen, nämlich einfach, das ist hier mein Leseexemplar gewesen, das würde ich einfach Susanne schenken. Sie machen mal hier einmal, Susanne, genau. Liebe Susanne, ich hoffe, du guckst auch. Eine persönliche Widmung für den Fan und dann schicken wir das Susanne nämlich einfach direkt zu und ich darf mich ganz herzlich für diesen sehr spannenden Besuch bedanken. Entschuldige mich beim Publikum, wenn meine Augen manchmal ein bisschen zu sehr geleuchtet haben bei den grausigen Themen, aber es ist meine Leidenschaft. Es ist, wie es ist. So.